Juuu 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 Okay und damit herzlich willkommen zu meinem unboxing zu Super Mario Maker Ja das war mal ein bisschen etwas anderes Intro Juuu 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das kann ich jetzt natürlich auch noch aufmachen, wenn ihr das unbedingt wollt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas ist, was man unbedingt sehen muss. Es soll ja auch nur ein Mini-Unboxing sein oder beziehungsweise eher mehr eine Ankündigung für das Let's Play. Okay. Okay. Ähm... Was sicher ist dafür, ist, dass ich eure Level spielen will. Ganz einfach. Ja, damit bist du gemeint mit Tarko LP und Game Elephant. Ihr könnt mir gerne eure Machwerke zusenden, einfach unten in die Kommentare posten. Da können auch andere Leute die mal anzocken und generell könnt ihr mich quälen mit allen möglichen Shit. Ähm, aber, ähm, dann könnt ihr auch mal versuchen, meine Level zu spielen. Ähm, ich bin mir sicher, die werden gar nicht so einfach werden. Ähm, ich werde euch einfach dann mal meine ersten Eindrücke und ersten Level. Weil, das werdet ihr dann schon mitkriegen, wenn das Let's Play dann spätestens, äh, startet. Und, äh, ja, ich weiß eigentlich nicht, was ich noch sagen soll. Also, ich freue mich wie ein Zäpfchen, kann man sagen, auf, ähm, dieses Spiel. Und, ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Äh, hat mir viel Spaß gemacht beim Unboxing. Und, ja, ich hoffe, mir wird das Spiel auch, äh, zusagen. Da bin ich, äh, eigentlich optimistisch. Und, äh, ja, das war's für das heutige Video. Vielen Dank und, ähm, abonnieren, kommentieren, Playlist, alles verlinkt unten in der Videobeschreibung. Ganz schöne, blaue, viele Links und so weiter und so fort. Okay, äh, ähm, ja, tschüss.